So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt Und heute haben wir, ich glaube mal, die Player Moments SPC, ich hoffe es mal besser gesagt Wenn nicht, schauen wir einfach mal, was um 19 Uhr rauskommt, wir gehen heute einfach auf den 19 Uhr Content ein, ganz einfach gesagt Bevor wir damit anfangen, lange ist es her Top Kommentar, Jungs, ich hole eben den Kommentar und dann hängen wir ihn an die Wand Okay, und zwar ist es dieser Kommentar, darf ich ohne Grund Top Kommentar werden Mit 24 Likes und damit der meistgelikte Kommentar unter diesem Video Und wir machen es auch jetzt einfach immer so, Jungs, der Kommentar, der die meisten Likes bekommt, der kommt auch immer dann an die Wand Also wer heute unter dieses Video die meisten Likes bekommt, kommt morgen an die Wand Geht's los mit dem Video, Luis? Ach, Reflexe am Start So, und jetzt warten wir auf 19 Uhr, lasst gerne ein Like da, ich gebe euch mal die 777 Likes mit Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, dann würde ich sagen, wir haben es jetzt gerade 18.45 Uhr Wir warten auf 19 Uhr und dann schauen wir mal, was von 19 Uhr rauskommt, bis gleich Okay, wir haben es jetzt 18.59 Uhr, bevor wir jetzt reingehen, ganz kurz Weekend League Update, Jungs, wir stehen 16 zu 3 Also ich muss noch 11 Games heute machen, das werde ich dann hier nach dem Video machen Ich werde dann, ja, also meine Weekend League Ergebnisse dann später auf Twitter und auf Instagram posten Hier GG nochmal an, Fuki, ich hab's gerade live im Stream gesehen, wir haben ihn ja auch gehostet 30 zu 0, Platz 3 der Welt, Bruder, wirklich dickes, dickes GG Und dann wollte ich auch nochmal sagen, ich habe gestern ein Icon Pack geöffnet, im Stream live mit euch Das Pack werde ich euch auch nochmal gleich einblenden, damit die Leute, die nicht im Stream am Start waren, einfach wissen Oder halt auf dem aktuellsten Stand sind, so rum Und einfach wissen, was ich dann gezogen habe, wen ich aus dem Icon Pack bekommen habe Wir haben bis jetzt drei Icon Packs gemacht, eins war Ori, eins Zanetti und das dritte werdet ihr gleich sehen, Jungs Ich sag, du ziehst Maradona, boah, ich glaube nicht Wir machen, äh, R3 Pack Chat So, warm Ich mache eben meinen Monitor an und schaue seitlich, ob er weg ist, ob man da Packs sieht Okay, ist weg, ist weg, kein Duplikat Kein Ori, ja, okay, mehr Icons habe ich auch nicht, kein Ori Wir fangen mit, äh, hier hinten an mit Z und schauen, was immer so für, äh, Länder gibt's, Rails, okay Okay Rumänien vergessen, der hat sich doch schon hier, Rumänien Ähm, Rumänien, hab ich Rumänien vergessen? Es ist aber nicht hier Okay Safe, Italien-Stürmer, eh, killa, wie du machst, bro Okay, weiter geht's Ähm Japan Ich hoffe natürlich mit der Moments-SPC Wir schauen nach, 19 Uhr Let's go Und ist sie gekommen? Put 14 Momente-Garantie, hier ist sie doch Spielermomente, tot so far Momente, pack, untauschbar Nicht wiederholbar, oder? Nee, nicht wiederholbar, okay Schauen wir uns nochmal an, Jungs Also, ich mach eben Insta-Post, dass ihr mich einladen könnt Und danach 84er-Team, easy Und danach öffnen wir auch mein Pack am Ende vom Video Ey, was ist das? Moment, oder? Jaja, aber, was denn? Hä? Asensio? Nee Oh, Ansu Fati Der ist anders stark Ja, klar, safe Der ist richtig gut Alter, GG Ich war komplett durcheinander jetzt Ich dachte, Asensio oder so, von Real Hä, das ist ein Trader, bitte? Ja, das ist Tod's Moment Nee, ist ein Trader, leider, bro Aber trotz Hä, warte Warum wird die angezogen mit Verschieben? 150 Ah, backt wieder Backt wieder rum Lul, okay Dann danke dir, Noxi Ja, wo, ciao Ciao Ich bin drin, du kannst Mein Community-Pack und mein Inform-Pack Ich erinnere mich, ich erinnere mich Okay, let's go, Jungs Was kann der liebe Simi ziehen? Wir hatten bis jetzt einen Sufati Und jetzt kommt Komm schon, das ist Moment Was ist das? Wer wird das? Komm schon Bailey Bailey, ist er gut? Ist er gut? Ich weiß nicht Zeig mal her Ja, ist okay Ist okay Ich würde sogar eher schlechter sagen Ich hab der 4-4 Ja, wenn der 4-4 hat oder so, wäre er ganz gut Ja, okay, ist okay Stabil, nimm mal mit Super Sub oder halt irgendwie einbauen Okay, let's go, ich bin drin Ich hab bei vielen schon gute Sachen gesehen Ich glaub, die gönnen die Packs Ich glaub, die packst du echt Ja, weil deswegen ist es auch nicht wiederholbar Sonst wäre es halt zu op Okay, Pack Nummer 3, wenn ich mich nicht täusche, Jungs Let's go Ey, draußen Hund bellt rum, schweizt Fenster zu Reicht doch Kann doch nicht den ganzen Tag rumbellen Weil das eine Moments-Karte kommt Belgien? Jovic, bitte nicht Ah, Jovic Ah, Riff Ey, Mann 87er, Jovic Nee, nee, das ist der schlechtste heute Ich feiere den nicht die Stats, ne Much Okay, da haben wir Much Nummer 1 gezogen, Chat Oh, und gestern auch aus dem Ican-Pack gezogen Belastend Ican-Packs sind ganz, ganz schrecklich Die sind gar nicht okay Ja, das Ich hab 3 gemacht und kann, was ich gezogen hab Z-Brams Ah, okay, ich hab nichts gesagt Matthäus und Nessien, krank Beide geisteskrank Okay, let's go, Pack Nummer 4 Ich steh auf, Bro Ich steh dich auf Komm schon Komm Was ist das? EA, gern hack Oh Oh Ja, okay, der hat geile Stats Erste Boah, er lag komplett Er lag komplett Aber der hat sehr nice Stats Warum lag das so, Jungs Okay Jetzt hör ich dich wieder Der ist stabil Zeig mal 4-4, nimm mal mit Ah, stabil, stabil Hab eigentlich eh keinen Hoffnung Ah, du musst belieben Vertrau Brasilien oder Belgien, komm Brasilien oder Belgien, Jungs Brasilien oder Belgien Brasilien oder Belgien Brasilien oder Stürmer Nein, au Alter, Alexandro Ich würde den Ausdruck sagen Top 5 Schreib's mir mal gerne in den Kommentar Oder Top 10 Save Also 100% Der ist sehr, sehr stabil Der kostet ja auch noch Immer noch 400k Oder so glaube ich Pro PSPC Lass uns das Pack genießen Wir lehnen uns zurück Und Oh, ich hab das Ding Ah, hinten geflogen Wir genießen das Pack Okay, das Moment Belgien, Brasilien Oh, es bleibt nicht wie der Jovic Ey Jovic Der ist eher, ich bin ehrlich zu dir Er ist nicht so gut von den Stats So 85 Pace Der ist gar nicht gut Naja, trotzdem Danke für dein Pack Schade Okay, let's go Strobl ist dran, chat Er hat Geburtstag heute Also Geburtstag geschenkt von EA Ich werde gönnen, du weißt ja Hallo Ey, Whatsapp, wett bitte Mach jetzt nicht so Oh, ich hab noch einen Bruder rein Nebenbei, stört Aufnahme Er kommt doch immer so laut rein Wer ist es? Wer ist es? Ich glaube, das ist Totz Das ist Totz Nein, das ist Liao, oder? Den hatten wir heute schon Ach, verlassen Ah, 4-4 Aber der hat gar nicht schlechten Stats Um ehrlich zu sein Schau mal Super Sub vielleicht Ich bin raus von meinem Bruder Ist okay Letztes Pack fürs Video Ich bin gespannt, was du ziehen kannst Ich gebe zu Controller Oh, der erste, der mir auch Controller heute gibt Hatte das Wie machen wir das, Jungs? Wir machen Top-Kommenter ab Ist eh jetzt gleich das Ende vom Video Also mein Pack kommt noch am Ende vom Video Aber ja Das ist jetzt erstmal hier Von Abonnenten das letzte Pack Wir machen das so Wir falten das Chat, schaut zu Wenn hier jetzt was kommt Wird verlost Okay, 4 Packs Soll ich die auch noch eben weg öffnen? Ja, kannst du alle machen Okay, dann machen wir noch eben die Packs auf Dann warten wir mit meiner Strategie Und jetzt das letzte Pack Bevor wir zum Moments Pack kommen Komm schon Los 81 plus Komm, ja, ja, ja Let's go, walk out Ja, Rating Nimm mal mit Komm, Suarez Egal, Cavani ist auch stabil 88er, glaube ich, ne? Für ein paar SBCs noch oder so Oh no Stabiles Pack Stabiles Pack Und jetzt direkt hinterher Schau Mit dem Top-Kommentar Warn Komm schon Komm schon Ich seh's kaum Mir kommt jetzt die absolute Bombe So ein Hazard oder Mura So viel dazu Okay, das seht ihr jetzt erst am Ende vom Video Ich öffne jetzt mein Moments Pack Aber das werde ich euch am Ende vom Video schneiden Während ich das hier öffne Habe ich noch gar keinen Pack von euch geöffnet Also ich habe noch nichts gesehen, was ihr gezogen habt Deswegen, wir gehen rein, Jungs Na Karte habt ihr ja gesehen, haben wir gezogen Gestern, gebe ich jetzt direkt wieder ab Brauche ich nicht Somit spare ich mir die Coins Und musste nur ein Inform kaufen Komm schon, let's go, Lucas Mura Ich glaube, das sind nur von SPC-Karten die Spieler Komm, bitte Kein Hazard oder so, den habe ich schon Komm Gönn Gönn, das ist Shapeshifter Nee, für Birthday Nee Nein, nicht Hazard Nicht Hazard Eey, wollt ihr mich ficken Da ziehe ich einmal Das ist mindestens Top 3 Ich würde wetten, dass es sogar Top 2 nach Lucas Mura Ich würde sogar Lucas Mura noch ein bisschen besser schätzen Auch wenn Hazard teurer ist Fick mein Leben Kommt in der Icon SPC Ich habe Hazard schon Fick mein Leben Haut da rein, Jungs Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da Lasst ein Abo da Und fass bei dieses Game Geisteskrank Haut da rein, bis morgen Und tschau Gilber nacht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.